Wir müssen bereit sein. Du, ich, die anderen. Es steht dein Angriff bevor. Von weit her. Er steht nicht bevor, Bruce. Er hat schon begonnen. Die anderen. Wo sind sie? Arthur Curry. Der Aquaman. Geht auf ihn. Organische und biomechatronische Körperteile. Er ist ein Cyborg. Ihr solltet lieber beiseite gehen. Barry Allen. Wer auch immer gesucht wird, ich bin's nicht. Du bist Batman? Du hast gesagt, die Ära der Helden würde es nie wieder geben. Das muss es aber. Welche Superkräfte hast du noch gleich? Ich bin reich. Ich bin dran. Wollen wir? Freut mich zu sehen, dass Sie wieder mit anderen zurechtkommen. Gekleidet wie eine Fledermaus. Finde ich gut. Vielleicht nur vorübergehend. Drück. Nicht auf diesen Knopf. Dann geht nämlich sofort die Bombe hoch und wir sind alle tot. Los, wiederhol es. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin gut. Nein! Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen. Ich bin Matt Brody. Bereit zum Dienst. Guckst du gerade auf meine Brüste? Du solltest mir ins Gesicht sehen. Ich versuch's, aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du? Ja. Sie denken, der Vogel kann uns die PR bringen, die wir brauchen? Lasst uns feiern!